ja eh leute hier wird und hier kommen jetzt endlich mal die ersten Glitches vom Transit Modus ich weiß ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht und so weil ich zu letzter Zeit ein bisschen zu faul war alles hochzuladen generell mit Gameplays und alles mit der Kampagne habe ich auch abgebrochen hochzuladen so kommen wir erstmal zum Glitch ihr braucht die Turbine wo es ganz am Anfang hier gibt es am Anfang zusammenbauen wo ihr gespawnt werdet tut der Kollege hier gerade der Marvin 3467 den Zombie hier ablenken und in der Zeit muss ich die Turbine in die Hand nehmen erstmal das Schutzschild natürlich zusammenbauen wenn nicht wie es für die Teile sind dann keine Ahnung guckt auf YouTube oder ich schreibe mir eine Nachricht dann mache ich vielleicht auch noch ein Video davon als erstes muss ich die Turbine auf den Tisch stellen dann das Schutzschild holen und gegen die Turbine wieder gegen das Schutzschild eintauschen und ihr seid hier eingeklemmt ab jetzt am besten nicht mehr bewegen wenn ihr euch duckt könnt ihr nicht mehr aufstehen auch noch gute Informationen hier und jetzt werdet ihr gleich sehen wie die Zombies sich hier sammeln wir zeigen uns erst mal mit dem einen Zombie wie er sich hier sammelt und dann ja am besten der zweite Player oder am besten gar keiner ähm ist hier bei euch oder der andere rennt halt draußen rum passt auf es können ab und zu mal vereinzelte Zombies von hinten her kommen aber ja so der Xena hat sich jetzt kurz gesammelt jetzt lassen wir kurz die neue Runde anfangen aber ich glaube in dem Video tue ich jetzt ähm kommt jetzt nichts Neues mehr ähm oder wie die sich alle zammeln äh zammeln ja schon wieder ja Fail wieder so ihr seht es tut der Marvin gerade mit dem Headset labern ist okay ja Marvin ich kenne gerade das Video auf gell als ich gerade Commentary machen und so ja ähm sowas will ich noch groß dazu sagen ähm Marvin dich kann man nicht hören das wäre jetzt auch schön naja egal erstmal eine fette Nuke Marvin rennt hier von meiner Nase rum obwohl er gleich weggehen sollte hier wenn ihr wieder wegkommen wollt am besten um ein Zubini wieder gegen Schutzschutz eintauschen äh Schutzschutz gegen Tobin oder wie auch immer er kommt ihr wieder weg nicht die Zubini wieder mit und ja bis zum nächsten Mal tschau Leute ist schon wieder zu Ende um ein Zubini wieder zuiuong ist ja du muss gerade ein Einz высchener duimos dreifendet zum drü conducting In free mouth Tschau Leute duimos äh das